Ja liebe Freunde, Wad läuft da beim Bauer Aussie. Jetzt wird Kürbis gehackt. Mit meinem alten Vielfachgerät hacke ich da zwischen den Kürbisreihen. Sie sind schon recht gut angewachsen, oder sie wachsen. Sieht gut aus. Nach Anfang Schwierigkeiten mit zu trocken, haben wir dann bewässert und dann kam noch einmal Regen. Und jetzt muss ich da unbedingt hacken. Es kommen Kartoffeln und ein anderes Unkraut. Kartoffeln, ja das ist hier auch ein Unkraut. Ich bin der Kürbisrei. 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 Ich bin der Kürbisrei.